Mh, ist dieser Himmel schön, hier in dieser schönen Stadt. Und hier dieses schöne Dach, wo ich hinter diesem schönen Fenster wohne. Ich, der schöne Papa Löwe. Ich koche Spaghetti. Ich will aber spielen, Papa. Wir wollen jetzt spielen oder es gibt Streik, verstanden? Die Kochpflichten liegen bei den Vätern. Merkt euch das, ihr väterlichen Väter dieses Planeten. Hauptsächlich Spaghetti, weil... Hurra, Spaghetti-Twins. Ich mag als Erste. Schneller, Papa, schneller. Spaghetti glücklich machen. Ihr könnt ja allein weiter spielen. Und los. Nahrung ist wichtig für die Ernährung, für die Bildung und die Entwicklung geistiger Schönheit. Aber nicht nur Spaghetti allein sind wichtig für das Wachstum und machen unsere Kinder stark. Kunst muss dabei sein. Kunst. Bis zum nächsten Mal. Nicht. 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 Also, ich michein. Geist. Nicht. Nicht.